Musik Vor ein paar Jahren haben wir auf der Tibetmesse gespielt in Hannover und da haben wir einen jungen Mann kennengelernt, einen Professor aus einer Universität aus Schweden und da sagte er uns, dass er Gitarre spielen könnte, können andere auch, aber dann hat er uns was gezeigt, das fanden wir auch sehr schön und dann haben wir gesagt, so, jetzt bist du dran und da haben wir uns halt entschlossen ihn einzuladen, dass er mal mit uns live spielen kann, das macht er jetzt schon seit geraumer Zeit und auch heute Abend in Großmoor, hier ist aus Schweden, Stockholm, Mr. Professor Dr. Dr. Schmörer-Brill! Good afternoon to everybody as we say in Sweden! I hope you are all already stiff and drunk! What can we do? Something to drink! Yes, let's stiff and drunk! Okay, scroll to the audience! Alright! There on the back is a little guitar! A little noise! Let's check it out! Yeah! Let's check it out! Yeah! That was later! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018